So, moin moin meine lieben Supersuchtis und hier sind wir beim Multiplayer. Ich spiele irgendwas mit Krisengebiet oder sonstiges. Mein Soldat, okay. Oh, was ist das? Ist das Sniper? Scharfschütze. Ja, man. Scharfschütze ist immer gut. Ey, ich bin da. Oh Gott, was ist das denn für eine Waffe? Ernsthaft. Okay, los geht's. Oh, was habe ich denn für eine Pistole, ey? Ey, Hitmarker, ihr habt's gesehen. Das soll ein Hardcore-Server sein? Den habe ich echt vorher ausgewählt. Was ist das denn? Firespeed. Ach, scheiße, ey. Mein Soldat, ich nehme was anderes. Was nehmen wir denn? Äh, Heckler und Koch, G. Okay, okay, okay. Spawn. Bla, 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 bla. Buddy Spawn. Oh, von hinten bin ich schlecht. Ach, SOG, was soll das denn, ey? Ihr seid doch Lappen. Oh, ich hasse das, wenn ich die Maus gedrückt halten muss, ey. Das hätte ich mir umstellen sollen. Oh, okay, los geht's. Ah, da oben. Ja, ist klar. Vielleicht ist das Spiel echt nur für den Singleplayer gut. Also, ich finde das jetzt nicht so bombastisch. Oh, der Sound, der drückt so geil auf den Kopfhörern, ey. Los, los, los. Ja, Mann. Neue Unterstützungsaktion. Keine Ahnung. Oh, ich verstehe das gerade sowas von nicht. Aber es macht irgendwie Spaß. Ich will hier nicht britische SAS. Ach, ey, britisch, ey. Ja, siehste, das ist, wenn man Engländer spielt, die die ganze Zeit nur Tee mit Milch trinken. Ja, schaffen wir, schaffen wir. Ja, tut, tut, du. Sowas ist einfach nur geil. Ich bin die ganze Zeit gestorben und bin trotzdem im Winning Team. Oh, kann man im Spiel reden? Der Dostar, so gut. HALT DIE Fresse, ey. Kampfeinsatz regeln. Die Angreifer haben eine begrenzte Anzahl von Leben, um nacheinander drei Einsatzstile zu sprengen. Die Verteidigers müssen sie um jeden Preis daran hindern. Ja, Mann. Ich komme, ich komme. Ich unterstütze. Oh, jetzt bin ich wieder diese dreckige Snipfer-Klasse. Oh, instinktiv Granate werfen. Oh, ja. Das ist schon mal eine Map nach meinem Belieben. Oh, Tiny Chris ist das. Ja. Oh, bin ich ein Lacker, ey. Oh, da spawnt wieder einer. Ja. Oh, geil, Alter. Da ist ein Feind, da ist ein Feind. Den messer ich jetzt. Passt auf. Ja, komm her. Ja, zack. Weggekrüppelt. Es gefällt mir online. Man muss sich ein bisschen reinspielen, weil das nicht wie jedes Spiel ist. Aber es ist cool. Buddy spawn. Tiny Chris. Yeah. So. Man kann hier anscheinend sehr viel freischalten. Oh, oh, oh. Oh, von wo kommt ihr alle? Nein. Warum hast du so wenig Munition, ey? Du scheiß Krüppel. Zack, tot. Ey. Wie viel er aushält. Das ist ja schlimmer als bei Battlefield auf dem normalen Server. Boah, die Waffe ist ja aber extrem scheiße. Ja, ist klar. Ich hau ihm tausendmal eine Kugel in den Kopf, ne? Aber nein. Er stirbt einfach nicht. Er ist Mr. Iron Man, ja? Oh, oh, oh. Lauf, 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 lauf. Was soll die Zahl denn da vor meiner Fresse? Geregelter Bereich, wo ich nicht hinkomme? Muss alles komplett einstellen, damit ich richtige Spielgefühl habe. Aber ernsthaft, Leute. Auch wenn ich mich so oft aufrege jetzt. Es, es, es macht Bock. Ernsthaft, es macht Bock. Bock. Und die Map ist auch geil. Auf jeden Fall. Tiny Chris läuft vor mir. Das ist gut. Den benutzt er Shot Shield. Ja, genau. Ach, hinter uns. Ach, Leute. Ernsthaft. Das war's erstmal mit dem Multiplayer. Ich werde mich ein wenig einspielen. Und dann biete ich euch Footage. Footage. Gameplay vom feinsten. Ernsthaft. Haut rein, meine lieben Supersuchtis. Komm, ein Kill noch. Ein Kill noch. Ah, da ist einer. Ja, ein schöner Kill. Zack. Zack. Weg die Kruppe. Du Spasti. Deutsches KSK Kanonier. Ja, Mann. Ja, ich bin Private der Dritte. Oh, den habe ich verdient. Also jetzt haut rein. Ein Navy Seal hat mich getötet. Die Supersuchtis. Wir brauchen keinen Tor.